richtig macht gerade mal ein video von euch beiden ihr habt ihn doch schön ich kann mal versuchen mal vorne soll ich dir das weg halten irgendwie schon mal ein Messer ist scharf aber mittlerweile ist es stumpf bei dem Plastikzeug das schaffst du auch noch das kriegst du nur das das ist nur einfach ist gut ist gut ist gut ja ja